Herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar der Plattform Partnerschaften 2030, eine Initiative des BMZ, umgesetzt von Engagement Global, von der GIZ und vom Collective Leadership Institute. Worum geht es heute? Erfolgsfaktoren für Multi-Stakeholder-Partnerschaften, Multi-Akteurs-Partnerschaften, wie es jetzt bei uns heißt. Die Multi-Akteurs-Partnerschaften sind ja in aller Munde, gerade wegen der Sustainable Development Goals. Und wir wollen uns einfach mal genauer angucken, was sind eigentlich Erfolgsfaktoren, was hat man rausgezogen, was haben wir für Erfahrungen, worauf kann man achten, worauf sollte man achten. Zunächst einmal zum Collective Leadership Institute. Uns gibt es seit 2005 und wir sind eine Non-Profit-Organisation. Wir sind davon überzeugt, dass es tatsächlich möglich ist, dass 10 Milliarden Menschen in der Welt leben können. Aber ich glaube, wir müssen die Art und Weise, wie wir miteinander leben und mit dem Planeten umgehen, radikal ändern. Wir sind der Meinung, dass Kooperationskompetenz ganz, ganz zentral ist. Das heißt, die großen Herausforderungen, die wir im Moment in der Welt haben, können nur gemeinsam angegangen werden. Das heißt, wir fokussieren als Non-Profit-Organisationen auf Kompetenz in Kooperation und in kollektiver Führung, weil wir der Meinung sind, viele Dinge, viele Herausforderungen, wie gesagt, müssen gemeinsam angegangen werden. Und das ist nicht immer klar, wie das gehen kann. Aber wir haben aus langjähriger Erfahrung eine Methodologie entwickelt, die sich wirklich sehr bewährt hat. Wir arbeiten auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, ein bisschen auch auf Arabisch und vielleicht demnächst auch auf Russisch. In der MAP-Plattform sind wir ansprechende Partner für den Kompetenzaufbau. Zu Fragen, wie setzt man eine Multiakteurspartnerschaft auf, wie setzt man sie um und eben das, was wir heute besprechen wollen, was sind Erfolgsfaktoren. Vielleicht nur ganz kurz, unsere Ansätze basieren durchaus auf Theorie. Unsere Ansätze basieren auch auf sehr, sehr viel Praxiserfahrung in vielen verschiedenen Multisäkular-Projekten. Und wir haben sie so oft umgesetzt, dass wir viel erfahren haben, dass Leute in ihren Disäkular-Prozessen, in ihren Partnerschaften schlicht und ergreifend schwer zu Ergebnissen kommen, dass sie besser arbeiten, dass sie, ja, sagen wir mal, ein ganz zentraler Punkt, dass sie wissen, wie sie die komplexen Prozesse, weil Multisäkular-Partnerschaften sind immer komplexe Prozesse, wie sie sie organisieren. Und vor allen Dingen auch, was zentral ist, dass es zu einer Erfahrung führt, dass die Dinge wirklich gemeinsam besser gehen. Es geht heute darum, dass wir sagen, wir gucken uns an, warum brauchen wir Partnerschaften, wir gucken uns an, wann geht man denn eigentlich in Partnerschaften und wir gucken uns an, was sind Erfolgsfaktoren in Partnerschaften und was heißt dann das auch für das Prozessmanagement und vor allen Dingen für die Qualität von Partnerschaften. Was zentral ist, ist, dass wir sagen, die meisten Herausforderungen bei den globalen Entwicklungszielen können ja durch eine angegangen werden. Das heißt, es gibt das sogenannte Ziel Nummer 17, aber das Ziel Nummer 17 kann ja auch nur eine Art und Weise, müssen im Endeffekt in Kooperationsprozessen zwischen der Zivilgesellschaft, zwischen dem öffentlichen Sektor und zwischen dem Privatsektor stattfinden. Und jetzt kann man eigentlich sagen, ich sage immer ganz gerne, Multi-Akteurs-Partnerschaften sind sehr komplex. Das heißt, man sollte sich sehr gut überlegen, was man in Multi-Akteurs-Partnerschaften macht und was man vielleicht nicht in Multi-Akteurs-Partnerschaften macht. Ein gutes Beispiel ist dafür, wenn man eine konkrete Umsetzung machen will, die in Vertragsform laufen kann, dann sollte man das auch tun. Wenn man Advocacy-Projekte hat, wo die Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle spielt, dann sollte man das vielleicht genauso in Advocacy-Projekten machen. Aber Partnerschaften sollte man da angehen, wo ein Problem oder eine Herausforderung absolut nicht alleine gelöst werden kann. Beispielsweise ist das sehr oft der Fall im Wassermanagement, wo zwar der öffentliche Sektor zuständig ist, aber tatsächlich das, was erforderlich ist für ein gutes Wassermanagement, nur von sehr unterschiedlichen Akteuren gemeinsam gelöst werden kann. Ein Beispiel nur. Man sollte in Partnerschaften dann eingehen, wenn man meint, dass man ein Problem oder eine Herausforderung erheblich besser gemeinsam lösen kann. Wenn man beispielsweise im Gesundheitssystem arbeitet in bestimmten Ländern oder in der Energieversorgung in bestimmten Ländern, beispielsweise in der ländlichen Energieversorgung, dann ist es natürlich zentral, dass man möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor und mit den vielen Erfahrungen der Zivilgesellschaft, aber auch mit der technischen Kompetenz des Privatsektors zu ländlicher Energieversorgung erheblich schneller kommt. Und der dritte Grund, in einer Partnerschaft zu arbeiten, ist, dass man durch die Partnerschaft tatsächlich zu einer besseren und transformativen Wirkung kommt. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die Partnerschaften in verantwortlichen Wertschöpfungsketten, wo es ganz klar ist, dass die ersten beiden Voraussetzungen auch gelten. Man kann das Problem verantwortlicher Wertschöpfungsketten fast nicht, also ich würde sagen, nahezu nicht alleine lösen. Aber gleichzeitig, wenn unterschiedliche Akteure zusammenkommen, der Privatsektor, die Produzenten, der öffentliche Sektor in den Ländern, aber auch der öffentliche Sektor in den Kräuferländern und die Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft, die oft sehr viele Kenntnisse hat, dann ist wirklich die Chance erheblich größer, dass man dort gemeinsam vorangeht. Genau, was bedeutet das jetzt konkret? Ich sage mal, die Partnerschaften bedeuten ja, dass man Partner aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen hat. Das heißt, man muss gucken, wie man gemeinsame Ziele voranbringt und einen Beitrag leistet zu den Entwicklungszielen. Partnerschaften hat es auch schon vor der Verabschiedung der nachhaltigen Entwicklungsziele gegeben, aber jetzt ganz besonders im Kontext der Entwicklungsziele sind sie natürlich umso mehr relevant. Das heißt, es geht hier darum, dass bestimmte Prozesse, Veränderungsprozesse, gesellschaftliche, globale Veränderungsprozesse, aber auch konkrete lokale Prozesse tatsächlich in einer gemeinsamen Entscheidungsfindung, in gemeinsamen Umsetzungen stattfinden. Dafür gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formen und ich erlebe immer wieder, dass Akteure von Multi-Akteurspartnerschaften sprechen, aber sehr, sehr unterschiedliche Dinge dabei meinen. Wir können jetzt im Rahmen dieses Webinars nicht dort in die Tiefe steigen, aber so ganz kurz als für einige zur Erinnerung, für andere vielleicht als Information. Es ist ganz wichtig in Partnerschaften, dass man überlegt, wo sagen wir, wir arbeiten mit anderen zusammen, aber im Grunde konsultieren wir sie nur. Das können Unternehmen sein, die mit anderen Akteuren zusammenarbeiten im Sinne einer Rückmeldung, eines Feedbacks. Das kann aber auch der öffentliche Sektor sein, der sagt, wir wollen eine neue Politik entwickeln und da wollen wir Sektor einbinden. Das sind Konsultationsprozesse und in fast allen großen oder auch kleinen Multi-Akteurspartnerschaften sind diese Konsultationsprozesse wichtig. Anders ist es aber, wenn man tatsächlich in einer kooperativen Umsetzung ist und ein bestimmtes Projekt, ein bestimmtes Vorhaben, eine Veränderungsinitiative gar nicht alleine umsetzen kann, wenn also tatsächlich unterschiedliche Akteure in der Umsetzung Aufgaben übernehmen und diese Aufgaben nur gemeinsam wirksam werden, weil dann muss man nämlich gemeinsam Geld verteilen, gemeinsam Geld ausgeben, man muss Entscheidungen gemeinsam treffen, man muss Umsetzung gemeinsam monitoren etc. Das heißt, von Konsultationen über Dialogplattformen, über Initiativen bis hin zu ganz konkreten Umsetzungspartnerschaften gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formen, aber allen ist gemeinsam, dass es letztlich um gemeinsame Ziele geht. Das ist nicht immer ganz einfach und ich brauche immer ganz gerne, gebrauche immer ganz gerne das Bild eines Fußballfeldes. Das haben wir im Internet gefunden. Ein ganz tolles Bild, weil es Multi-Akteurs-Mannschaften sehr gut darstellt. Es ist nämlich ein bisschen so, als würde man Fußball spielen auf einem schrägen Hang, was ja nicht ganz so einfach ist. Und so ist es auch in Partnerschaften. Das heißt, man muss gucken, wie bekommt man die Leute auf dieses Fußballfeld, was da auch ausgerechnet auch noch in einem schrägen Hang ist, wie bekommt man die Leute ins Feld, wo sind die Grenzen, wer ist eigentlich drin und wer ist draußen, wie hält man die Leute auf diesem Feld, damit die nicht unterwegs sagen, ich spiele nicht mehr mit, das passt mir hier nicht mehr. Und wie bringt man sie dazu, und das ist jetzt anders, auf dem Bild in ein gemeinsames Tor zu schießen und nicht in verschiedene Tore. Das heißt, man muss, und dafür steht das nächste Bild, man muss ein Kooperationssystem aufbauen. Der wichtige Lernschritt bei einem Kooperationssystem ist, dass man es von klein zu groß aufbaut. Das heißt, dass man nicht den Fehler macht, dass man gleich alle Stakeholder zusammenbringt, sondern dass man Schritt für Schritt sagt, wer ist denn hier eigentlich die Kerngruppe und wer muss dazukommen und wer muss uns unterstützen, wer muss denn noch davon wissen. Und dass man so das Kooperationssystem ganz Schritt für Schritt aufbaut und wir werden gleich hier noch darauf eingehen. Denn an dem Aufbau dieses Kooperationssystems hängt im Endeffekt die Qualität von Partnerschaften. Die Wirkung des Ergebnisses ist abhängig von der Qualität. Die Qualität hängt an dem Prozessmanagement, wie ich dieses Kooperationssystem aufbaue, wie ich Vertrauen schaffe, wie ich zu einer Transparenz komme, wie ich dazu komme, dass die Leute dabei bleiben, dass sie gemeinsam ins gemeinsame Tor schießen, dass sie auch andere dafür gewinnen, etc. Und dafür ist es wichtig, dass man die typischen Phasen kennt und dass man aber auch die Erfolgsfaktoren wirklich gut kennt, weil die Erfolgsfaktoren wie so ein, ich will nicht sagen Checklist, aber so eine Art Navigationssystem sind, wie man in Partnerschaften vorangehen kann. Wir haben es vor etlichen Jahren, ich glaube über sieben oder acht Jahren, als es schon die ersten Partnerschaften gab, aus unseren praktischen Erfahrungen heraus, aber auch theoriebasiert ein Modell entwickelt, was wir das Dialog-Change-Model nennen, weil letztlich ist es ja das, worum es geht. Es geht um eine dialogische Veränderung. Partnerschaften brauchen einen guten Dialog, aber sie brauchen auch eine sehr, sehr systematische Prozesssteuerung. Wir unterscheiden bei diesem Modell immer ganz gerne in einer Phase 1, wo es darum geht, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, wie kann man die Partnerschaft aufbauen, haben wir denn hier auch genug Resonanz, wollen denn genug andere Leute das Gleiche wie wir und wenn nicht, wie können wir sie dazu bringen. Und in einer Phase 2, wo es darum geht, die Partnerschaft als solche zu benennen und zu sagen, ja, das ist das, was wir jetzt gemeinsam wollen. Vielleicht hatte eine Organisation am Anfang eine Idee, aber in einer Phase 2 könnte sein, dass die Idee nicht mehr ganz genau die gleiche ist, sondern es hat sich jetzt über die Stakelereinbindung verändert. In Phase 2 wird diese Idee konsolidiert, es wird aber auch die Partnerschaftsstruktur aufgebaut. Da ist es dann klar, dass am Ende einer Phase 2 das Ziel steht, der Projektplan steht, aber es steht auch, wer macht denn was bis wann. Dass das im Laufe der Partnerschaft sich durchaus nochmal verändern kann, ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall muss das so konsolidiert sein. Partnerschaften, die zu lose sind in Phase 2, die nicht vernünftige Vereinbarungen in Phase 2 machen, sind in der Regel nicht erfolgreich. In Phase 3 geht es ums Umsetzen. Und wichtige Elemente in Phase 3 sind, dass die Kommunikation wirklich stimmt, dass sie gut läuft, das Ergebnis produziert werden und vor allen Dingen, dass diese Ergebnisse auch gefeiert werden. Also, dass sie nach außen kommen können, dass die Leute, die an der Partnerschaft beteiligt sind, an diesen komplexen Prozessen auch sagen können, wir waren dabei und wir haben dazu beigetragen, zu diesem Erfolg. Gleichzeitig geht es auch darum, Mechanismen für gemeinsames Lernen zu etablieren. Das ist eigentlich in der Regel die Phase, wo gemeinsame Monitoring-Systeme errichtet werden. In Phase 4 geht es in Partnerschaften fast immer dabei zu sagen, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Also, wie können wir die Erfolge nutzen? Wie können wir die Erfolge weiterbringen? Machen wir etwas Ähnliches woanders nochmal? Wollen wir das Ganze institutionalisieren? Wollen wir es vergrößern? Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Elemente, die zu Phase 4 gehören. Sie können zu dem Thema, zu dem Dialog-Change-Modell mehr lernen, wenn Sie auf unsere Learning-Plattform, die im Übrigen auch vom BMZ unterstützt worden ist, wenn Sie da drauf gucken, da gibt es eine Menge Tools, wo Sie sich weiter informieren können und wo Sie auch gucken können, was ist denn eigentlich wichtig in Phase 1, in Phase 2, Phase 3 und Phase 4. Man kann das auch gerne als Checklisten in Partnerschaftsmeetings nehmen, etc. Und gleichzeitig gibt es auch eine Publikation, die jetzt bei Springer rausgekommen ist dieses Jahr, dass die High-Sekular-Dialoge erfolgreich gestalten, weil ja auch Springer sehr stark im Privatsektor-Bereich publiziert. Es steht aber im Endeffekt genau das drin, wie baut man vernünftig Multisekular-Partnerschaften auf. Zu den Erfolgsfaktoren. Wir haben sechs definiert, andere Leute haben fünf definiert, andere Leute acht. Es ist natürlich die Frage, worauf fokussiert man. Aber in unserer Erfahrung haben sich diese sechs eigentlich sehr gut bewährt. Das heißt, ein Erfolgsfaktor ist, dass es eine gemeinsame Strategie- und Zukunftsorientierung geben muss. Die Strategieentwicklung ist etwas, was tatsächlich gemeinsam stattfinden muss. Nun ist es realistisch, ich komme da später zu, dass man sich fragt, in welcher Phase ist dann eigentlich die Strategie relevant. Der zweite Faktor, der sehr entscheidend ist, ist das Kooperations- und Beziehungsmanagement. Sehr oft ein Faktor, der vernachlässigt wird, weil man denkt, die Leute sind doch jetzt dabei bei der Partnerschaft, erinnern sich an das Fußballfeld und den schrägen Hang. Die haben doch gesagt, die machen mit. Und dann vergisst man das Beziehungsmanagement, das Kooperationsmanagement. Und dann verlassen sie die Partnerschaft und manchmal sagen sie noch gar nicht mal Bescheid. Oder es gibt Ärger, es gibt Konflikte, es gibt Misstrauen etc. Das heißt, das Beziehungsmanagement ist absolut zentral. Es ist wichtig zu sagen, wie lernen wir denn eigentlich in der Partnerschaft? Und wie kommt Innovation rein? Wie kommen neue Ideen rein? Welchen Platz hat eigentlich etwas, was ganz anders funktionieren kann, als normalerweise die Dinge funktionieren? Ein zentraler Erfolgsfaktor ist auch das Thema Steuerung und Glaubwürdigkeit. Das hängt oft daran, wer hat denn die Partnerschaft initiiert? Was ist denn das für eine Organisation? Wer sind wir? Welches Mandat haben wir? Welche Reputation haben wir? Welche Kenntnisse? Welche Erfahrungen etc.? Wer hört denn eigentlich auf uns? Aber es geht hier auch darum, wie werden eigentlich Partnerschaften gesteuert? Sind es einzelne Akteure, die planen und die Entscheidung treffen? Oder gibt es ein kompliziertes Governance-System? In vielen komplexen Partnerschaften ist das der Fall. Das sind alles Fragen, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Ein zentrales Moment, ein zentraler Faktor in Multi-Akteurs-Partnerschaften ist der Dialog und die Prozessarchitektur. Das heißt, wie baue ich das auf? Wie baue ich den Prozess auf? Nun, können Sie sich vorstellen, Multi-Akteurs-Partnerschaften funktionieren nicht so einfach wie andere Projekte. Die sind dann doch um einiges komplexer. Das heißt, man muss in dieser Prozessarchitektur sehr flexibel sein, aber man muss sie haben und man muss vorausblickend sein. Die Akteure müssen wissen, was passiert denn eigentlich wann. Und dann ist ein entscheidender Punkt als Erfolgsfaktor die Wirkungsorientierung und zugleich bedeutet das die Aufmerksamkeit auf den Kontext. In welchem System befinden wir uns eigentlich mit unserer Partnerschaft? Gibt es noch andere Partnerschaften? Mit wem müssen wir eigentlich kooperieren? Das heißt, man muss eigentlich in einer Partnerschaft immer gucken, da man in einer gesellschaftlichen Veränderung ist, wer ist denn eigentlich noch aktiv? Was machen andere Leute? Wie sind die aktuellen Entwicklungen? Jetzt wollen wir da noch ein bisschen näher ins Detail gehen und etwas reingucken. Strategie und Zukunftsorientierung. Was bedeutet das? Das bedeutet Zielklarheit, das bedeutet kollektive Führung, das bedeutet eine gute Koordination in der Umsetzung, wo auch wirklich mit sehr viel Entschiedenheit umgesetzt wird, inklusive dessen, was man Monitoring-Systeme nennt. Und das bedeutet immer eine Orientierung auf einen gesellschaftlichen Mehrwert. Wir sprechen hier nicht von Partnerschaften, wo es darum geht, im Endeffekt Business zu machen, Donations zu bekommen oder Geld zu verdienen, wie auch immer. Sondern es geht immer darum, was ist eigentlich der Beitrag zur positiven gesellschaftlichen Veränderung. Und dieser Faktor ist durchgehend durch alle Phasen wichtig, aber natürlich bedeutet eine Strategie und Zukunftsorientierung in einer Phase 1 etwas anderes als in einer Phase 3. In der Anfangsphase einer Partnerschaft ist es in der Regel so, dass ein Partner sagt, wir haben hier ein ganz klares Ziel. Wir wollen beispielsweise das Landmanagement verbessern in einer bestimmten Region oder wir wollen das Wassermanagement verbessern. Wir wollen Energieversorgung zur lenklichen Bevölkerung bringen. Wir wollen vernünftige Arbeitsbedingungen in Wirtschaftsketten. Also das heißt, die Treiber haben ein klares Ziel. In Phase 2 ist es aber so, dass dieses Ziel dann gemeinsam mit allen Akteuren nochmal festgezurrt wird. Entweder müssen die Initiatoren in der Phase 1 die Leute hinter das eine Ziel bekommen. Oder oft ist es auch so, dass das Ziel sich leicht verändert. Das heißt, man muss nicht unbedingt Kompromisse machen. Manchmal werden die Ziele sogar besser. Das ist jetzt einfach nur ein Bild, damit Sie das sehen können, aus einer sehr komplexen Partnerschaft rund um Wassermanagement in einer tunesischen Provinz, wo die Akteure in einer Phase 2 tatsächlich gemeinsam gemalt haben. Das sind etliche Akteure, die an einen systematischen Prozess einbezogen wurden und die jetzt, das ist deswegen arabisch, das geht also von rechts nach links, aufgemalt haben, wie muss denn eigentlich ein Wassermanagement laufen in unserer Provinz, was uns eine optimale landwirtschaftliche Bewirtschaftung möglich macht. Das heißt, es ist ganz entscheidend, es war in diesem Prozess ganz, ganz entscheidend, dass das ein gemeinsamer Prozess war zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Dass so etwas in einem Projektdokument als Ziel drin steht, hätte den Leuten nichts genutzt, sie mussten es gemeinsam erarbeiten und dann entwickelte es Dynamik. Der zweite Faktor ist Kooperationsmanagement und da geht es um die systematische Einbeziehung, um die Netzwerkpflege. Es geht darum, ganz entscheidend um den gegenseitigen Respekt, es geht darum, auf Augenhöhe zu arbeiten. Die Leute sind unterschiedlich, die Leute haben unterschiedliche Macht, unterschiedlichen Einfluss und was Partnerschaften wirklich erfolgreich macht, ist, dass man das anerkennt und nicht wegschiebt, aber dass man sagt, wir arbeiten zusammen und wir werden die schwächeren Partner stärken, weil wir brauchen uns alle und letztlich kommen wir am ehesten zum Ziel, wenn wir als Partner alle stark sind. Das heißt, es ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, man muss so ein Kooperationssystem systematisch aufbauen. Und das bedeutet in einer Phase 1, dass man erstmal guckt, wer ist denn hier begeistert von der Sache, wer hat dann wirklich ein Problem, wer ist denn bereit, etwas zu tun, was bringen die denn Leute ein, wer macht denn hier noch was, mit wem können wir kooperieren, wer kann auch Leute beeinflussen, welche Entscheidungsträger brauchen wir an Bord, damit wir vorankommen können. Und in einer Phase 2 heißt es, so wie das Bild eben, dass die Ziele geklärt werden, dass auch eine gemeinsame Vision entweder aufgemalt, aufgeschrieben, vereinbart oder auch irgendwie in Pläne hineinfließt. Der Erfolgsfaktor Steuerung und Glaubwürdigkeit bedeutet, hier ist die Betonung auch gemeinsam. Und ich betone das vielleicht jetzt zum dritten Mal, weil in ganz vielen Partnerschaften letztlich die Akteure denken, wir arbeiten genauso wie in anderen Projekten, wo nicht wirklich Zeit investiert wird, herauszufinden, wie die Situation der Leute ist und wie das Ziel tatsächlich benannt werden kann, durchaus auch bottom-up und nicht nur top-down. Es geht um Prozessklarheit, es geht um Verlässlichkeit am Prozess und es geht um Umsetzung und Ergebnisorientierung. Das heißt, eine Partnerschaft verliert an Momentum, wenn man nicht relativ schnell eine typische Aktion in Phase 3, nachdem man wirklich den Plan klar hat und weiß, wie man zusammenarbeitet und die Rollen verteilt sind, dass man da guckt, wie können wir eigentlich zu sogenannten relativ schnellen Erfolgen kommen. Weil das ist das, wenn es schnelle Erfolge gibt, selbst wenn sie klein sind, ist es das, was die Leute an Bord hält. Es geht auch darum, bei Glaubwürdigkeit um die Kommunikationsstrategie. Das ist nicht so sehr ein kompliziertes Papier, aber es ist die Frage, wie halten die Leute am Ball, wie informieren wir sie, wie beziehen wir sie ein, welche Workshops müssen wir machen, welche nächsten Treffen müssen wir machen, wie verlässlich sind wir darin, dass auch garantiert immer Protokolle herumgeschickt werden, wenn wir sagen, dass wir uns in drei Monaten wieder treffen, wie verlässlich sind wir uns, dass wir uns auch tatsächlich in drei Monaten wieder treffen. Das sind ganz, ganz zentrale Sachen, weil es geht immer darum, Vertrauen aufzubauen und Vertrauen auch sozusagen zu betreuen, also sicherzustellen, dass es auch weiterhin da ist. Bei der Prozessarchitektur geht es oft darum, Projektsekretariate zu mandatieren. Was oft vergessen wird, ist, dass Prozessmanagement von Partnerschaften komplexer ist als normales, typisches Projektmanagement. Auch das ist ja nicht unterkomplex, aber bei Partnerschaften wird es dann noch komplexer. Das heißt, man braucht eine vernünftige Ressourcenausstattung, man muss auch gucken, braucht es tatsächlich ein Projektsekretariat, was beispielsweise aus unterschiedlichen Säkulern zusammengesetzt ist, was natürlich wiederum die Glaubwürdigkeit erhöht, oder ist es okay und haben sich alle Säkulern damit einverstanden erklärt, dass eine Organisation das Projektsekretariat macht und so eine Partnerschaft managt. Und es geht dann in komplexeren Partnerschaften, nicht bei zwei Leuten, vielleicht auch nicht bei fünf Leuten, aber bei 15, bei 20, manchmal haben Partnerschaften 100 oder 160 Akteure, geht es darum, dass man repräsentative Steuerungsstrukturen macht, weil nur das bildet tatsächlich auch Vertrauen und die muss man aufbauen, solche Governance-Systeme. Und es geht in allen, in kleinen und großen Partnerschaften immer um eine transparente Entscheidungsfindung und dafür muss Zeit sein und da muss auch investiert werden. Ein Beispiel nur, ein Bild, das ist jetzt auch aus der gleichen Multi-Akteurs-Partnerschaft in Tunesien, wo klar war, dass die Leute aus dem öffentlichen Sektor und die Bauern und die Zivilgesellschaft am Anfang nicht in der Lage waren, zusammenzuarbeiten. Und ich will das einfach nochmal deutlich machen, das kann passieren und trotzdem kann man eine Partnerschaft eingehen. Aber dann braucht es eine Sekretariatsfunktion, die sagt, gut, wir gehen erstmal in den Dialog mit dem einen und dann mit den anderen und dann mit den Dritten und wir informieren die anderen darüber, dass wir das tun und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter und bilden sozusagen kleinere Systeme, die dann tatsächlich in Kooperation gehen und so langsam wächst unser Kooperationssystem. Da in Tunesien in einer extremst konfliktiven Provinz ist das so gelungen, dass dann 300 Akteure gemeinsam eine Charta für das zukünftige Wassermanagement erarbeitet haben. Lern und Innovation ist zentral in Partnerschaften. Wissensmanagement ist wichtig am Anfang, aber ansonsten ist Lern und Innovation eigentlich etwas, was normalerweise in der Phase 3 stattfindet, wenn es tatsächlich an die Implementierung geht. Capacity Building kann auch gut stattfinden in den Erstphasen. Das kann inhaltliches Capacity Building sein, aber eben auch Capacity Building dazu. Wie arbeite ich eigentlich in Partnerschaften, wie gehe ich damit um? Und dazu gehört auch Prozess- und Ergebnismonitoring, was normalerweise etwas ist, was man zwar am Anfang mitdenkt, aber in Phase 3 tatsächlich erst wirklich etabliert. Wirkungsorientierung ist deswegen zentral, weil es sich als Erfolgsfaktor durchziehen muss von A bis Z, von der ersten bis zur letzten Phase. Das fängt damit an, dass man am Anfang wirklich genau guckt, wer sind wir, in welchem Kontext arbeiten wir, was sind die Konflikte hier, was sind die Akteure, was ist die Landschaft der Akteure, wie stehen sie miteinander in Beziehung, welche anderen Partnerschaften gibt es, mit denen wir entweder das Gleiche tun wie wir, dann müssen wir vielleicht gar nicht aktiv werden oder wir können gleich kooperieren. Das heißt, man muss einen Systemansatz wählen und man muss während der Partnerschaft auch immer wieder auf diesen Systemansatz gucken und nicht nur silomäßig seine Projekt oder seine Partnerschaft vorantreiben, sondern sozusagen ständig auch den Blick nach außen wagen und möglicherweise eben sogenannte Meta-Partnerschaften eingehen, im Mindesten aber Erfahrungsaustausch organisieren. In Coteva gibt es zum Beispiel etliche Partnerschaften zur Unterstützung von Kakaobauern und dort fängt es langsam an, dass es sogenannte Meta-Partnerschaften gibt, dass es einen Austausch gibt zwischen den unterschiedlichen Projekten und dass die nicht sich nur koordinieren, sondern tatsächlich komplementieren und voneinander lernen. Das sind die sechs Erfolgsfaktoren, einfach sozusagen in Kurzversion und das Zentrale ist, wie gesagt, dass sie genutzt werden können wie ein Navigationssystem. Das heißt, man kann einfach gucken, was ist jetzt in Phase 1 besonders wichtig. Was müssen wir an der Strategie in Phase 1 entwickeln? Wo müssen wir aber auch zurückhalten mit der Strategie und sagen, nein, das kommt jetzt erst in Phase 2. Was ist das Kooperationsmanagement in Phase 1? Das ist normalerweise zu gucken, was ist die kleine Gruppe von Stakelern, die man hier zusammenbringen muss und die sich jetzt mal verschwören muss, sozusagen um gemeinsam etwas vorantreiben und dann bauen wir das Kooperationssystem systematisch auf. Während wenn man in Phase 3 mit etlichen Stakelern zusammenarbeitet und möglicherweise eine internationale Mapstruktur hat und eine lokale Mapstruktur oder eine nationale und dann auch noch eine lokale, dann bedeutet das natürlich ein sehr komplexes System und dann bedeutet Kooperationsmanagement auch sehr, sehr viel Professionalität in der Art und Weise, wie die Stakeholder kontaktiert, betreut und an Bord gehalten werden. Und so ist es mit den unterschiedlichen Erfolgsfaktoren so, dass sie alle wichtig sind, sie sind alle in allen Phasen wichtig, aber es gibt sozusagen unterschiedliche Konnotationen, unterschiedliche Nuancen und unterschiedliche Art und Weisen, sie umzusetzen in den unterschiedlichen Phasen. Sie haben den Referenzrahmen, wenn ich richtig informiert bin, schon zugeschickt bekommen. Da steht mehr drin, das ist auch, denke ich, von dem Umfang her leicht leserlich und ist ein guter Einstieg zu gucken, worauf muss ich denn achten in Partnerschaften. Ja, und damit wollen wir übergehen zu den Fragen. Ich fange mal mit einer ersten Frage an und die erste Frage ist oft, die häufig gestellt wird, ist, wenn Partner am Anfang einer Partnerschaft sozusagen eigentlich das System der Partner noch unklar ist, was mache ich denn dann, ab wann kann ich denn sagen, ich gehe in eine Partnerschaft. Und unsere Antwort auf die Frage ist immer, es ist die meisten Initiatoren von Partnerschaften, es ist jetzt auch relativ egal, ob es die NGOs sind, ob es der öffentliche Sektor ist oder ob es der Privatsektor ist, aber ich würde sagen, meistens sind es die NGOs oder es ist der Privatsektor. Dann, die sehen ein Problem, die wollen etwas verändern, das heißt, sie wollen mit einer Partnerschaft gesellschaftliche Veränderungen voranbringen. Und ganz zentral ist, am Anfang einer Partnerschaft immer erst wirklich eine sehr gute Kontextanalyse zu machen, die wird nie aufhören, die wird nie perfekt sein, aber zu sagen, wer sind wir denn eigentlich? Wer sind wir, um etwas Bestimmtes voranzutreiben? Und dann zu gucken, wer treibt denn noch ähnliche Dinge voran? Und vielleicht aber auch zu gucken, wer sind denn unsere Widersacher? Wo sind die Konflikte? Wo müssen wir, und das ist ganz zentral, eine Stakeholder-Analyse zu machen? Wer ist an einer Veränderung, und die ist in der Regel eben inhaltlich, denn einer Partnerschaft an und für sich sind die Leute nicht interessiert, sondern die Leute sind an einer Veränderung passiert, dass man über eine Stakeholder-Analyse herausfindet, was sind denn die nächsten Schritte, was sind die ersten Kooperationspartner, mit denen wir Kontakt aufnehmen müssen. Ja, da sehe ich eine Frage, wo genau liegt der Unterschied zwischen traditionellen Vorhaben mit mehreren Stakeholdern und MAP? Ein konkretes Beispiel. Ich nehme einfach mal zwei Beispiele. Und zwar, das eine Beispiel ist Tunesien in der Provinz, und das andere Beispiel, wir arbeiten hier auch sehr viel stark auf internationaler Ebene, zum Beispiel eine Standardentwicklung oder Standardumsetzung im Wertschöpfungskettenbereich. Das sind, man könnte es beides als Multiakteurspartnerschaften bezeichnen. In Tunesien ist es ein kompletter Bottom-up-Prozess, wo es darum ging, 400 Bauern und 200 Leute aus dem öffentlichen Sektor und 50 Leute aus NGOs, lokalen NGOs, einzubinden, in einem Prozess, wo es darum geht zu sagen, wie managen wir eigentlich den Wassermangel in unserer Provinz so, dass uns hier nicht die Köpfe einschlagen. Ich bin jetzt ein bisschen drastisch, aber genau so, als solches kann man es bezeichnen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, es ist ein traditionelles Vorhaben, aber letztlich ist es nicht unbedingt ein Vorhaben, sondern es ist ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess. Und ich finde, das ist wichtig. Ein MAP ist nicht einfach ein Projekt, sondern ein MAP dient zu etwas. Es dient zu einem gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Nun war in diesem Projekt nicht der Privatsektor dabei, weil das in der Komplexität zu groß war. Es ist ein wichtiger Schritt, auch zu sagen, eine bestimmte Akteursgruppe, die möglicherweise in Zukunft wichtig und nützlich ist, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt eingebunden. Anders ist es beispielsweise bei Wertschöpfungsketten, wo oft internationale Prozesse in Gang gesetzt werden. Also Beispiel wäre das Kakao-Forum in Deutschland oder das Textilbündnis oder der Common Code for the Coffee Community. Das sind internationale Projekte, die eindeutig Multi-Akteurs-Partnerschaften sind und auch von Anfang an so aufgesetzt waren, weil es klar war, man kommt hier nicht weiter, ohne den Privatsektor einzubinden, die kritischsten, der kritischsten NGOs einzubinden, die größten, der größten Unternehmen, aber auch die kleinen und die Produzenten einzubinden, aber auch die unterschiedlichen Länder einzubinden. Aber auch das ist passiert als ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Das heißt, wenn Sie mich jetzt nach einer Definition fragen, dann wird es schwierig, weil es ganz viele Leute gibt, die ganz unterschiedliche Sachen zum MAP definieren. Und ich würde sagen, ein MAP ist ein Ansinnen eines gesellschaftlichen Veränderungsprozesses, der kann klein oder groß sein, der kann lokal, national oder international sein, um ein Problem anzugehen, das einer dieser Akteure alleine eben nicht lösen kann. Und wer dann dabei ist, wie groß das wird, ist eine Frage des Ziels und eine Frage des Prozessmanagements. Sind MAPs auch ohne staatliche Entwicklungszusammenarbeit oder Organisation denkbar? Und gibt es Beispiele? Ich würde mal sagen, ja. Ja, das heißt, natürlich sind sie ohne staatliche Entwicklungszusammenarbeit möglich. Die Welt ist im Moment noch so gestrickt, dass die Entwicklungszusammenarbeit eine durchaus wesentliche Rolle spielt. Und deswegen, wenn man jetzt zurückguckt auf die letzten zehn Jahre und ganz insbesondere auf die letzten zwei Jahre, dann ist natürlich da bei allen Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen eine sehr starke Orientierung auf Akteurspartnerschaften. Aber sagen wir mal so, wenn wir nicht in Tunesien gewesen wären, dann wäre es, ja, wir wollen uns auch nicht überhöhen, aber angenommen, die Leute wüssten, wie es geht, dann können sie das Thema Wassermanagement auch ohne Entwicklungszusammenarbeit anpacken. Und es gibt etliche Länder, wo das auch passiert. Es gibt etliche lokale Initiativen, wo genau das Thema vorangeht. Das heißt, ich würde schon sagen, das Thema der Akteurspartnerschaft ist im Moment sehr en vogue. Man kann darüber sprechen, ob gerade die Geberorganisationen tatsächlich wissen, was es bedeutet, auch von der Fundingstruktur, von der Projektstruktur, von den Ressourcen, von der Ressourcenausstattung, von der Ausstattung, von der Zeitplanung etc. Ich glaube, da ist noch viel zu lernen und viel zu tun. Aber prinzipiell kann eine Multi-Akteurspartnerschaft natürlich auch in Deutschland, sagen wir mal, in Schweden passieren, in Australien passieren, also da, wo Entwicklungszusammenarbeit nicht aktiv ist. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe gerade, da wird eine Frage hingeschrieben. Thema Kommunikation. Kommunikation von Erfolgen und Misserfolgen in Partnerschaften. Naja, wie bei allen anderen Projekten kommuniziert man nicht über Misserfolge. Nein, das war ein Scherz. Das Thema Kommunikation ist sehr brisant in Partnerschaften. In kleinen Partnerschaften kann man sich zusammensetzen und gemeinsam beschließen, was geht denn hier nach außen. Schreiben wir ein Newsletter, einen Projektbericht, setzen wir etwas in die Zeitung, machen wir einen Fernsehbericht, geben wir ein Interview oder informieren wir einfach nur unsere Stakeholder, wie es weitergeht. Das gehört alles zur Kommunikation. Und da ist es absolut zentral, sich mit den Erfolgen zu beschäftigen, die Erfolge auch nach außen weiterzugeben. In sehr komplexen Multiakteurspartnerschaften, ich habe einige Beispiele genannt, zum Beispiel im Bereich Wertschöpfungsketten, da muss man mit der Kommunikation sehr, sehr vorsichtig sein, auch der Kommunikation von Erfolgen. Weil es könnte jetzt beispielsweise sein, dass Unternehmen loslaufen und sagen, ich bin Teil von dieser wunderbaren Multiakteurspartnerschaft und das für die eigene Werbung nutzen. Und dann ist es mit Sicherheit so, dass andere Teilnehmer an der Multiakteurspartnerschaft, oft sind das die NGOs, sagen, so geht es ja überhaupt nicht, hier wird Greenwashing betrieben. Und wir sind doch eigentlich noch gar nicht so weit, wie wir sein wollen. Und eure Rolle ist auch noch gar nicht so, wie wir sie in Zukunft sehen möchten. Das heißt, Kommunikationsprozesse, vor allem die Kommunikation von Erfolgen nach außen, müssen immer sehr gut vereinbart sein. Und ich kenne viele von den komplexen Partnerschaften rund um Wertschöpfungsketten, wo das tatsächlich auch schriftlich festgelegt wird, wer darf wie in welcher Form über Erfolge kommunizieren. Und in der Regel sind die Projektsekretariate mandatiert, das zu tun, werden das aber nur tun in Absprache mit den unterschiedlichen Säkularen. Was gibt es an Best Practice zu? Guten Indikatoren, die in der Phase 1 des Dialog-to-Change-Models angewendet werden können. Der erste Schritt in der Phase 1 ist ja, wie baue ich eigentlich Resonanz auf. Und das ist eigentlich der erste Schritt. Manchmal braucht dieser eine Schritt drei Monate, manchmal ein Jahr, manchmal anderthalb Jahre. Das heißt, wenn ich als Akteur in einem System agiere, was in der Regel problematisch ist, und ich will ein Problem lösen, eine Herausforderung lösen, eine Veränderung in Gang setzen, die letztlich dem gesamten System weiterhelfen soll, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass alle anderen Akteure das genauso sehen. Das heißt, ich muss zunächst einmal die Akteure finden, die es genauso sehen, und ich muss gucken, was resoniert mit denen. Also worauf sprechen die an? Ich muss meine Idee mitteilen, ich muss sie aber in, und das ist ganz entscheidend, in inspirierende Zukunftsdialoge reinbringen. Das heißt nicht, dass ich alle auf einmal einlade. In der Regel fange ich an mit Einzelgesprächen, mit kleinen Gruppen, und in der Regel fange ich auch an, und das ist ganz entscheidend, für Multiakteurspartnerschaften mit, zuhören. Das heißt, ich leihe, auf Deutsch sagt man das so schön, den Leuten mein Ohr. Das heißt, ich gucke, wie geht es ihnen denn eigentlich, und wie sehen sie selbst die Situation, und wie würden sie selbst die Situation verändern, bevor ich mit meinen vielleicht absolut genialen Zielen komme, und sozusagen diese Ziele mitteile. Das heißt, ich muss gucken, wie ich Resonanz aufbaue. Ein ganz, ganz wichtiger Indikator für Phase 1 ist, dass es eine stabile, kleine Gruppe, das können 3, 5, 7, maximal 10 Säkular sein, die für das Thema relevant sind, die sich dann zusammengesetzt haben, gesagt haben, Leute, ja, wir machen es gemeinsam, wir gehen hier voran. Wir wissen, es wird nicht einfach werden, aber wir machen es, wir gehen voran. Das ist eigentlich ein ganz entscheidender, ja, ein ganz entscheidender Punkt für eine Phase 1. Ja, eine weitere Frage sehe ich dort. Die Frage ist, wie fange ich denn eine Multiakteurspartnerschaft an? Ich glaube, ich habe eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich will ja nicht eine Multiakteurspartnerschaft wegen einer Multiakteurspartnerschaft, sondern ich will gucken, dass ich ein Problem löse, eine Herausforderung besser angehe oder etwas bewirke, was auch letztlich eine Strukturveränderung ist, um sozusagen da voranzukommen. Das heißt, ich muss wissen, was will ich denn verändern? Das ist eigentlich das absolut Entscheidende. Wenn es die, ja, wenn es sozusagen die Arbeitsbedingungen in der Lieferkette in Asien sind, also in der Textil oder in der Kakao oder in irgendwelchen anderen Lieferketten, wenn das der Fall ist, dann muss ich gucken, wer will das Gleiche. Manchmal ist es extrem erstaunlich, wenn ich anfange, mit Akteuren zu sprechen, wie viele Akteure eigentlich das Gleiche wollen, denen ich das gar nicht zugetraut habe. Ich habe gedacht, das sind vielleicht Antagonisten, das sind vielleicht Leute, die die Situation ganz anders sehen. Das heißt, ich fange eine Map immer an, indem ich mir überlege, worum geht es, was ist das Problem, was soll überwunden werden, was soll besser gelöst werden, als es irgendwelche einzelnen Leute lösen können. Und dass ich mir überlege, kann ich das vielleicht auch ohne eine Multiakteurspartnerschaft lösen. Jetzt sage ich immer, go ahead, mach's. Oder bin ich an dem Punkt, wo ich das nicht kann. Das heißt, ich muss andere Kompetenzen einbeziehen, ich muss andere Sichtweisen einbeziehen, ich muss andere Stakeholder einbeziehen und ich bin in einer Situation, wo ich ganz klar sage, Leute, das schaffen wir nur gemeinsam. Alleine kommen wir hier nicht weiter. So, und dann gehe ich die Schritte, das Dialog-the-Change-Models durch und sage, wie baue ich Resonanz auf für die Thematik und für die mögliche Veränderung, wie inspiriere ich für die Zukunft, wie verstehe ich den Kontext so gut, dass ich hier nicht als Elefant im Porzellanladen leben will und das System will sich gar nicht verändern, wie verstehe ich auch gut, was das System so hält, wie es ist. Im Übrigen etwas, was am allerbesten, wenigstens in Machbarkeitsstudien angeguckt wird. Was hält das System so, wie es ist und welche Akteure haben ein extremes Interesse daran, dass das System so bleibt, wie es ist. Das muss ich herausfinden und ich muss gucken, was ist denn eigentlich die Gruppe der Akteure, die ich zusammenbringe. Jetzt gucke ich hier noch mal genau die ersten Schritte. Hier steht Vorschlag Mapping, mögliche Anspruchs- und Kooperationspartner, Kontaktaufnahme, Planungstreppen, genau das, was ich eben gesagt habe. Es geht darum, wir müssen nicht immer das Bild, das Bild von dem Fußballfeld in Erinnerung halten und das Bild von dem Kooperationssystem. Da geht es nämlich darum, zu sagen, ich muss die Leute ins Fußballfeld reinkriegen, ich muss offen und ehrlich sagen, dass der Hang schräg ist, es wird nicht einfach mit dem Fußball spielen, aber offensichtlich geht es nicht anders, weil wir damit besser Erfolge erzielen können und ich muss das Kooperationssystem Schritt für Schritt aufbauen. Das heißt, ich würde am Anfang immer so vorgehen, dass ich sage, ich mache erst Einzelbespräche, dann mache ich eine Einschätzung des Systems, dann mache ich eine Stakeholder-Analyse, die wird vorläufig sein, weil eine Stakeholder-Analyse immer wieder gemacht werden muss, dann entscheide ich, wer sind denn die Akteure, die entweder genug Interesse oder genug Einfluss haben und muss die, die Interesse haben, aber Schwachsinn stärken, ich muss die, die Einfluss haben, aber kein Interesse haben, gewinnen. Und dafür brauche ich Strategien, das heißt, ich muss sie einladen, ich muss mit ihnen gegebenenfalls Workshops machen, ich muss aber vielleicht auch hingehen und vielleicht muss ich auch sehr lange zuhören, um nicht nur zu verstehen, sondern um zu vermitteln, hier ist jemand, der bereit ist, euch in einer Veränderung zu unterstützen, aber hier macht jemand etwas, nicht im Alleingang, sondern hier will jemand etwas wirklich gemeinsam machen. Hier habe ich noch eine Frage, wie kann man die Legitimität von Multi-Akteurs-Partnerschaften stärken? Sie entstehen ja auf freiwilliger Initiative, wie kann man ihre Ergebnisse bind machen, beziehungsweise die Umsetzung der Ergebnisse sichern? Das ist jetzt eine Frage, die ist insofern speziell, als dass sich häufig ja die Legitimität eben aus der Multi-Akteurs-Partnerschaft ergibt. Wenn ein gutes Beispiel, wo es viel um Legitimität geht, ist das, was ich gesagt habe, das Thema Arbeitsbedingungen, um Wertschöpfungsketten etc. Und da ist ja noch sehr, sehr viel zu tun in der Welt. Ich denke, da stehen wir sicherlich erst am Anfang. Und wo es dann letztlich darum geht, dass in einer Gruppe von Stakeholdern bestimmte Vorgehensweisen entwickelt werden, das können Standards sein, das können bestimmte Vorgaben sein, wie die Legitimität zu gestalten ist etc. Das heißt, es hat auch ein Stückchen ein Element von Kontrolle. Diese Kontrolle wird aber sozusagen, diese Kontrollmechanismen werden gemeinsam erarbeitet. Und die Legitimität entsteht eigentlich nur dann, wenn die Ownership unter den Stakeholdern so groß ist, dass sie sagen, ja, danach werden wir uns richten. Das bringt uns gemeinsam weiter. Das ist das, was uns sozusagen vielleicht nicht den Durchbruch bringt, vielleicht aber doch den Durchbruch bringt. und das, was letztlich positiv auf uns zurückfällt, wenn wir es anwenden. In anderen Situationen, wie beispielsweise im Wassermanagement, da haben wir die Legitimität der, jetzt muss ich mal ganz kurz, Sabine, kannst du mal kurz den Strom hier anstellen? Weil wir haben eine, so, jetzt bin ich wieder da. Wir haben beispielsweise im Wassermanagement, da geht es ja auch um Legitimität. Wer ist da eigentlich daran beteiligt? Und wenn eine, eine, eine Multiakteurspartnerschaft beispielsweise bestimmte Akteure nicht einbezieht, also, ich sage jetzt mal schlimmstenfalls, in landwirtschaftlichen Gebieten ein Kleinbauer nicht einbezieht in das Thema Wassermanagement, dann sinkt die Legitimität natürlich. Das ist, das heißt, man wird damit nicht erfolgreich sein, sondern man wird im Endeffekt ein nicht ausbalanciertes System und eine Problemlösung nicht erreichen, ein nicht ausbalanciertes System in der Dysfunktionalität hängen lassen. Genau. Hier geht es darum, Vereinsgründung, ja oder nein? Ich, das nur der Beitrag, auch sozusagen, wie man, wie man die Dinge nachhaltig gestaltet, ich würde da in meiner Empfehlung ein klein bisschen vor, ja, vorsichtig sein. Vorsichtig ist der richtige Ausdruck. Und zwar, bei, bei Maps geht es ja normalerweise, ist es so, dass Multi-Akteurs-Partnerschaften aufgebaut werden, eine gemeinsame Zieldefinition in Phase 2 haben, in Phase 3 in die Umsetzung gehen und eigentlich erst in Phase 4 sagen, das ist jetzt so gut gelaufen, dass wir institutionalisieren. Jetzt gibt es Multi-Akteurs-Partnerschaften, das Kakao Forum ist ein Beispiel, wo relativ früh gesagt wird, Mensch, wir wollen das hier gemeinsam machen, wir bilden einen Verein. Das ist gut und schön, super, wenn es funktioniert. Es gibt aber viele komplexe Multi-Akteurs-Partnerschaften, wo man sagen sollte, geht nicht zu früh in Struktur, weil jede Struktur bedeutet, dass es auch ein Gerangel gibt über Governance-Systeme, ein Gerangel, wer ist jetzt der Vorsitzende und wer hat wie, wo, was zu sagen. Das heißt, man holt sich möglicherweise eine Organisationsstruktur, wie wir ja alle kennen, die auch durchaus ihre Legitimität hat, aber auch ihre Schwere hat, die holt man in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft, die eigentlich von Komplementarität, Unterschiedlichkeit lebt und agil sein muss. Das heißt, es ist nicht falsch, eine Multi-Akteurs-Partnerschaft früh in eine Struktur, in eine Institution zu überführen, aber mein Warnsignal, was ich ausgeben will, gucken, was wirklich gebraucht wird. Also manchmal wird es gebraucht, um die Ressourcen beispielsweise bündeln zu können, also auch monetär, dass man einfach eine Institution, Struktur braucht, um da Geld reinzutun und das Geld dann auch gemeinsam ausgeben zu können. Das ist ein Grund, wenn es nicht nötig ist, in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft nicht zu früh in Struktur gehen. So, da sehe ich noch mal eine... Ja. Okay. Noch eine Frage. Haben wir noch eine Frage? Legitimität stärken, habe ich gesagt, Ergebnisse bindend machen. Ja. Das kommt auf die Multi-Akteurs-Partnerschaft an. Bei vielen Multi-Akteurs-Partnerschaften geht es ja nicht so sehr darum, dass es bindend ist, sondern es geht darum, dass etwas umgesetzt wird. Das, was jetzt noch gar nicht angesprochen wird, vielleicht als ein wichtiger Punkt, ist, wer hat eigentlich Ownership für eine Multi-Akteurs-Partnerschaft? Und vor allen Dingen dann, wenn Multi-Akteurs-Partnerschaften auf internationaler Ebene als eine sogenannte MAP-Struktur gegründet werden, aber letztlich auf lokaler Ebene, auf nationaler Ebene oder sogar auf lokaler Ebene wirksam werden sollen. Wer, wem gehört das Ganze denn dann? Und das ist auch eine Frage, die kann man nicht leicht beantworten. Die muss man aber dahingehend beantworten, dass man sagen muss, dass jede internationale MAP-Struktur die absolute Verpflichtung hat, zu gucken, was müssen wir eigentlich tun oder wo müssen wir uns zurückziehen oder wo müssen wir Bottom-Up-Prozesse gestalten, damit die lokalen Akteure dort, wo dann vielleicht die ganze Idee überhaupt wirksam werden soll, dass es die lokalen Akteure sind, die von sich aus Zukunft gestalten. Und dass es die lokalen Akteure sind, die dann auch in Zukunft in Strukturen arbeiten, die auf Dauer bestehen, wenn sich MAPs, die insbesondere im Entwicklungszusammenarbeitsbereich entstehen, dann irgendwann zurückziehen. Das heißt, man sollte nicht am Anfang an Institutionalisierung denken, aber man sollte an Gremien, Governance, Strukturen und dann eben möglicherweise auch Institutionsaufbau ab einem bestimmten Punkt denken, die dann in einer Phase 3, Phase 4 von einer Multi-Akteurs-Partnerschaft wirksam werden. Der Fehler, den ich immer wieder gesehen habe in Multi-Akteurs-Partnerschaften, dass die Bedeutung von Local Ownership, das gilt natürlich auch für viele, viele andere Projekte, einfach massiv unterschätzt wird. Und dass dann sozusagen, gerade wenn die MAP-Strukturen international sehr komplex und kompliziert sind, man darüber klagt, dass irgendwie das mit der Umsetzung vor Ort nicht so richtig klappt. Und da halte ich es für ganz, ganz wichtig zu sagen, wir machen konsequent einen sogenannten Top-Down, Bottom-Up-Prozess, den machen wir parallel. Das heißt, wir müssen ununterbrochen sehen, wie diese beiden Strukturen ineinander fließen. Der Fokus muss aber letztlich von Anfang an darauf sein, dass die Ergebnisse einer Multi-Akteurs-Partnerschaft vor Ort genutzt, vor Ort umgesetzt werden und vor Ort weiterentwickelt werden. So, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. So ganz langsam. Ich sehe, es gibt noch mal Links, die rumgeschickt werden. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir hatten jetzt 27 Teilnehmer. Das ist super. Und die Teilnehmer bekommen alle eine Dokumentation des Webinars zugeschickt. Dann gibt es nächstes Jahr weitere Veranstaltungen. Das BRZ hat sich entschlossen, die Plattform auf jeden Fall weiter zu fördern. Das heißt, es wird auch nächstes Jahr Weiterbildung geben zum Kompetenzaufbau. Es wird auch möglicherweise Beratungen, Ideenworkshops etc. geben. Es wird aber auch von der Plattform selbst Workshops geben, damit ein Austausch unter den Stakeholdern und ein Erfahrungsaustausch eben stärker vorangetrieben werden kann. Und wenn Sie uns besuchen wollen, genau, dann gehen Sie auf unsere Homepage oder auf stacklerdialogs.net gerne auch auf meine eigene Webseite und gucken Sie sich an, was ich wissenschaftlich ansonsten noch alles erarbeite. Und gucken Sie einfach mal in unsere Publikationen rein. Wir hatten irgendwie das große Glück, dass wir drei Bücher veröffentlicht haben dieses Jahr. Einmal Führung mit Sinn, das ist natürlich eher auf die Privatsekte ausgerechnet, dann die Art of Lady Collectively in Amerika veröffentlicht und Deck der Dialoge erfolgreich gestalten. Das hatten wir vorhin ja schon erwähnt. Ja, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken. Ich entschuldige mich nochmal für den kleinen Technik-Kickup. Das passiert so was. Ich hoffe, dann sind wir das nächste Mal besser und freue mich, dass Sie dabei waren und ich freue mich, wenn Sie es weiter empfehlen und im nächsten Jahr werden wir zu weiteren Themen eben auch wieder Webinare anbieten. Einen ganz herzlichen Dank. Okay, achso, wir bitten um Bewertung. Gerne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.